Jo Leute, Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin gerade auf dem Weg zu Hermann Bayer ganz in der Nähe. Dort haben wir einen wichtigen Termin. Was und wo, denke ich, werdet ihr dort erfahren. Und ja, vielleicht einige werden es schon wissen. Kann ja sein. Aber entweder wird es im Titel stehen oder wartet gespannt, bis ihr es wissen werdet. Das werdet ihr sehen, wenn ich dort bin. Und ja, auf jeden Fall viel Spaß beim Anschauen. Und bis gleich. Und falls ihr euch wundert, warum Henry noch nicht da ist. Ja, ich bin hier gerade noch unterwegs. Aber Henry kommt natürlich auch zum Treffpunkt hin. Und ja, falls euch das Video gefallen hat am Ende, könnt ihr natürlich ein Like nach oben da lassen oder abonnieren oder sonst was, was ihr wollt. Und ja, jetzt sehen wir uns dann dort. Bis gleich. So Leute, heute noch kein Video ausprobiert. Aber jetzt geht's über die Autobahn. Jetzt probiert mein Wheelie aus. One-Hander. First try today. Easy über die Autobahn, meine Freunde. Schön über die Autobahn. Easy One-Hander. Schade. Servus. Hallo. Na? Was geht? Was läuft denn? Henry ist gerade irgendwo hinten lang gefahren. Ich glaube, der ist abgebogen. Ja. Servus. Hallo. Na? Wieso? Ja. Ist die niedlich. Boah, ich bin voll schwimmend mit dem I. Verraten, wie es wir sind. Mein Fernsehtermin. Heftig, oder? Richtig heftig. Mutti, was machst du da? Noch haben wir es. 100 Prozent. Wird 100 Prozent sauber. Nice. Dafür gebt ihr mal einen Daumen nach oben, Leute. Langsamer. So. Ja. Vicky, ist schön abgehen. Aber immer gut auf die Schaltung, sehr gut. Ja, gut. Das war ein bisschen. So, das war unser kleiner Loroc zu dem Tag. Wir wurden gefilmt vom TVA. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen auf Facebook und so, wenn die ganzen Links ist, Videos geteilt und so, gerne abonnieren, liken, sonst noch was, die letzten Videos anklicken, da und da und da. Und dann bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Macht's lieber. Macht's lieber.